Bitcoin ist wieder bullish. Die Bullen haben ein starkes Comeback gezeigt und uns mit einem starken Run wieder über die 10.000 Dollar katapultiert. Ziemlich zeitgleich hat der BitMEX CEO Arthur Hayes mit einem ominösen Tweet auf sich aufmerksam gemacht. Er hat irgendwie angedeutet, dass er ein Szenario von über 20.000 Dollar für wahrscheinlich sieht. Das Ganze halte ich für schon relevant, da Arthur so ziemlich der Einzige war, der heuer den Bohnen des Bitcoin-Bernmarktes wirklich ziemlich exakt mit 3.100 Dollar vorausgesagt hat. In diesem Video bekommt ihr also wie gewohnt sehr sehr kompakt und sehr sehr präzise eine Einschätzung über die derzeitige Marktlage und die für mich sehr sehr wichtigen Preislevels. Zusätzlich habe ich auch noch in meiner Telegram-Gruppe den Vorschlag bzw. die Frage bekommen, auf Indikatoren einzugehen. Ich bin ja selber nicht der größte Fan von Indikatoren, aber ich habe ein, zwei Indikatoren, die ich wirklich regelmäßig verwende und die ich auch vor allem im Forex und Indizes-Bereich anwende und wirklich erfolgreich anwenden kann. Die Indikatoren sind eher unbekannt bzw. Indikatoren, es ist meistens immer nur die Rede vom RSI, den Indikatoren, den ich verwende. Der ist eher ein wenig unbekannt, aber ich kann euch dazu ein paar sehr sehr gute Strategien zeigen. Wenn ihr auch mit mir schreiben wollt oder mit unserer Gruppe schreiben wollt, wir haben wirklich eine sehr sehr gute Telegram-Gruppe. Kommt gerne in die Gruppe, der Link dazu findet ihr im ersten Kommentar. Und wir starten hier direkt am Bitcoin-Chart. Wir sehen schon gerade eine sehr starke Reaktion der Bullen und wir kommentieren das Ganze jetzt sehr sehr kurz und prägnant durch. Meine Zuschauer wissen ja, dass ich bei diesem Level hier oder seit diesem Level hier ziemlich bearish war und das Ganze ist auch bis jetzt ziemlich gut aufgegangen. Wir haben von mir gerade einen 2.000 Dollar Drop gesehen, aber der Markt ist momentan gedreht und der vermeintlich schwache Support hat doch ein nächstes Mal gehalten. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir das Ganze interpretieren? Ich möchte hier wieder kurz mit einer kleinen Erklärung zu Beginn starten, damit wir alle wieder am gleichen Wissensstand sind und am gleichen Niveaustand. Wie bewegen sich denn Märkte kurzfristig? Warum bewegen sich Märkte, wie sie sich bewegen? Warum haben wir denn diese schnellen Abverkäufe, diese schnellen Spikes nach oben und dann wieder gefolgt von diesen schnellen Abverkäufen? Wo ist der Hintergrund? Ist es Manipulation oder warum funktioniert das? Ich habe dazu ein sehr sehr interessantes Zitat von einem amerikanischen oder beziehungsweise kanadischen FX-Trader, er ist sehr sehr bekannt, extrem lange im Geschäft, Chris Lurie, falls ihr mal googeln wollt, ist auch ein ehemaliger Olympia-Athlet und der hat immer gesagt, dass der Preis und die Volatilität eine Funktion der Liquidität sind. Das Ganze klingt jetzt wieder sehr kompliziert, ist es aber nicht. Ich kann euch das vorstellen wie eine mathematische Formel, wenn ihr auf der anderen Seite F und X habt und in diese F und X was reingebt, kommt auf der anderen Seite was raus. Genau das Gleiche ist mit dieser Funktion gemeint. Wir geben Liquidität in den Markt und wir bekommen Volatilität raus. Was genau meine ich denn jetzt damit? Ich gehe dafür kurz auf den GPP-USD-Chart, da ich das Ganze hier schon heute ein wenig genauer markiert habe. Wir haben nämlich hier am GPP-USD, das ist der Pfund gegen den Dollar, also ein Forex-Bar, eine sehr sehr interessante Preisbewegung gesehen. Wir haben nämlich diesen Support hier etabliert und es ist wirklich ziemlich ähnlich zum Bitcoin-Chart. Hier immer diese schnellen Bewegungen nach oben, die nichts anderes sind als die reine Manipulation, bevor der Markt abverkauft wird. Wir haben hier das letzte Hei geformt, der Markt kommt hier marginal drüber. Es ist kein Zufall, dass wir diesen Stupser durch dieses Hei sehen, bevor wir abverkaufen. Der Markt geht wieder drunter, dann der schnelle Abverkauf. Dann geht es los mit dem Abverkauf und dann kommt die Engine, also dann kommen die ganzen Sell-Order in die Engine des Brokers und dann wird abverkauft. Warum zieht der Markt jetzt hier nach unten? Der Markt braucht Liquidität und der Markt weiß, wo die Liquidität ist. Jeder, der hier long im Markt ist, hat seinen Stop maximal unter diesem Low. Wenn nicht sogar schon unter diesen Lows, das sehen wir hier, wir haben hier den ersten Support geformt. Der Markt kommt hier marginal drunter. Der einzige Grund, warum wir hier drunter ziehen, ist die Preismanipulation. Ist der Grund, um für die großen Player im FX-Bereich, sind es Banken, Hedgefonds, Versicherungen, die Liquidität zu gewährleisten, damit die aus ihren Positionen kommen, beziehungsweise auch ihre Positionen eröffnen können. Wenn Goldman Sachs zum Beispiel im Spot FX-Markt eine riesen Long-Position eröffnen will, dann brauchen sie viele Gegenspieler. Die Gegenspieler kriegen sie, indem sie den Preis vorher ein wenig nach unten manipulieren und einfach gezielt diese Lows aus dem Markt nehmen. Das ist der Grund dahinter. Es ist kein Zufall, dass wir einen Support durchbrechen und dann stark nach oben brechen. Das Ganze solltet ihr euch mal selber anschauen. Ich werde dazu noch ein eigenes Video machen. Aber schaut mal, wo denn die Manipulation stattfindet. Schaut mal, wo denn Highs zum Beispiel sehr, sehr schön hinterlegte Highs aus dem Markt genommen werden, nur um schnell abzukaufen. Ihr könnt dafür alle Forex-Paare nehmen, ihr könnt dafür alle Krypto-Paare nehmen. Es ist wirklich in jedem Markt dasselbe. Wenn ihr Forex-Paare suchen wollt, gibt es eigentlich praktisch jedes Paar. Ich kann euch empfehlen, GBPUSD, EUROUSD ist der EUROUSD, dann auch GBPJPY, das ist der Pfund zu dem Yen, USDCAD, das ist der amerikanische US-Dollar gegen den kanadischen Dollar. Auch ein sehr interessantes Paar. Nehmt euch mal die Charts raus und versucht, dieses Verhalten zu tracken und versucht, die Wahlen zu sehen und den Wahlen auf der Spur zu sein. Genau das gleiche haben wir an Bitcoin, ist jetzt, glaube ich, ziemlich ähnlich. Eine sehr, sehr ähnliche Konstellation mit diesen schnellen Abverkäufen, die kein Ziel haben, außer die Shorts zu trappen in diesem Fall und dann auf der Gegenseite genau das gleiche mit den Longs zu machen. Reine Preismanipulation auf den Lower Timeframes. Das muss euch bewusst sein. Diese Bewegungen müsst ihr erkennen und ihr müsst auch bereit sein, im Gegensatz zu der generellen Menge, generellen Masse an Retail-Tradern. Kennt ihr ja im Regelfall die klassischen Support-Level, die klassischen Resistance-Level, Resistance gebrochen und dann Short. Was macht der Markt? Der Markt bricht diese Trendline, nur um sofort wieder darüber zu schließen. Und warum gibt es jetzt diese schnellen Abverkäufe? Es ist ganz simpel. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich glaube, eine passende Metapher, ein passendes Äquivalent wäre ein Lagerfeuer, ein riesen Lagerfeuer. Wenn ihr dort Zeug reinschmeißt, zum Beispiel Blätter, Holz, Benzin, dann wird das immer größer. Es geht richtig nach oben, es explodiert fast sozusagen. Die Flammen steigen nach oben, ihr habt einen riesen Lagerfeuer und genau das gleiche passiert, wenn wir hier diese massiven Abverkäufe sehen. Wir haben hier drunter Stops. Das heißt, Leute, die long im Markt sind, die verkaufen hier rein, wenn der Markt da runter geht. Das heißt, wir haben jetzt die Short-Seller, die den Markt schon tiefer treiben. Und dazu haben wir noch überall die Long-Stops, die hier liegen. Also alle Leute, die hier long sind, haben hier Market-Order. Das heißt, die verkaufen in diese Kerze noch automatisch mit rein. Und dann sehen wir diese riesigen, unnatürlichen Aktionen, die dann eben in diesem schnellen Abverkauf enden. Jetzt haben wir eben gesehen, dass wir dieses Low aus dem Markt genommen haben. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob das Ganze denn jetzt nur so ein klassischer Stop-Rate wäre, also ein Stop-Hunt. Das heißt, man nimmt die Liquidität der anderen Seite aus dem Markt, nur um den Markt dann wieder zu reversen. Interessant ist dieses Level für mich. Wir haben hier Support gefunden und wir haben hier wirklich sehr, sehr lange dieses Level gehalten. Der Markt kann nicht hier drunter schließen und verkauft dann hier stark ab. Mein wichtiges Level, also auch auf der Short-Seite, war, dass diese Zone hält. Diese Zone hat nicht gehalten. Die Bären haben die Zone nicht mal ansatzweise verteidigt. Null. Gar nichts. Kein Versuch. Es war kein einziger Seller hier. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob denn eventuell die 9300-Zone, also konkret auf 9310, ob das denn schon das Low war, auf das wir gewartet haben. Ich bin mir noch nicht sicher. Die Charts auf dem 3-Tages-Charts, auf dem Daily-Charts sind immer noch bearish aus. Aber worauf ich jetzt stark warten werde, ist, ob wir denn diese Zone halten können. Das heißt, das ganz wichtigste Level am Chart, das allerwichtigste, vergesst alle anderen Level, das wichtigste Level am Chart ist momentan 9900. Sollten wir zurückkommen, will ich sehen, dass die Bulls dieses Level stark verteidigen und stark halten. Sollten wir das sehen, dann bin ich wieder bereit, Long-Positionen einzugehen. Ich werde nicht den Touch des Supports kaufen. Das ist mir zu riskant in der derzeitigen Marktphase, denn auch dieses Level war extrem stark und der Markt hat keine Reaktion gezeigt. Das heißt, kommen wir zurück, bin ich daran interessiert zu kaufen, aber erst, wenn die Bullen mindestens eine leichte Reaktion zeigen. Darauf müssen wir jetzt achten, viel mehr können wir nicht machen. Wir sind in Niemandsland am Daily-Chart. Wir haben hier nichts anderes zu tun, als auf den Pullback zu warten und dann zu sehen, ob die Bullen das wirklich ernst meinen oder auf das nächste Supply-Level zu warten. Das nächste Supply-Level liegt bei 11300. Das wäre die nächste interessante Zone auf der Upside. Und ganz, ganz oben wäre noch 12.100. Viel mehr kann ich euch jetzt hier nicht sagen. Wenn ich mehr Infos habe, wenn wir mehr Preisbewegungen sehen, gibt es ein neues Video. Aber bis jetzt merkt euch einfach 9.900. Halten wir diese Zone, sind wir bullish kurzfristig, brechen wir sie, gehe stark davon aus, dass wir endlich auf diese 9.800 loszurennen. Und wir kommen jetzt konkret zu dem von mir im Intro schon angesprochenen Indikator. Ich rede konkret vom MFI. Der MFI ist der Moneyflow-Index. Ihr findet Indikator auf TradingView. Ihr müsst einfach nur dieses Indikator-Plugin aufmachen. Bei mir ist er bei dem Favoriten. Er heißt Moneyflow. Einfach ganz normal eintippen. Wenn ihr einen Stern drauflegt und einen Stern drauf macht, dann habt ihr eure Indikatoren auch hier drinnen. Und müsst nicht immer durchsuchen, falls ihr die Indikatoren wieder rauslöscht. Was macht der Moneyflow-Index? Im Prinzip ist er ziemlich ähnlich wie der RSI. Und ist ein volumensgewichteter Index sozusagen auf Basis des RSIs. Die genaue Formel könnt ihr euch selber durchlesen. Ich will das Ganze jetzt nicht in diesem Video noch breittreten, da wir wirklich in diesem Video konkret darauf schauen sollten, wie ihr diesen Indikator vor allem im Kryptomarkt anwendet. Ich kann das Ganze auch nochmal separat machen in anderen Märkten, zum Beispiel im Währungsmarkt. Aber die Strategie ist wirklich sehr, sehr ident. Ich öffne hier gerade den Indikator. Wir haben hier in gelb oben den MFI und unten den RSI. Ich sage auch immer zur Beschreibung, der MFI ist der RSI auf Steroin und gibt im Regelfall das klarere Signal ab. Wir sind jetzt hier am 6-Stunden-Chart und ihr wisst natürlich wie immer, je höher der Timeframe, desto außergekräftiger ein MFI-Signal am 1-Stunden-Chart ist weniger relevant wie ein MFI-Chart-Signal am 6-Stunden-Chart. Und das 6-Stunden-Chart-Signal ist weniger relevant wie das Signal am Daily-Chart. Nur um das Ganze mal wieder in Erinnerung zu rufen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt auf diesem Level den letzten Top gesehen. Das heißt, wir haben hier einen Anstieg gesehen und was wir jetzt machen ist, wir suchen eine Divergenz auf den Indikatoren. Dazu nehme ich diese vertikale Linie, um uns das Ganze ein wenig besser zu visualisieren und um auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Indikatoren ein wenig besser hervorzuheben. Wie gesagt, der MFI ist oben, der RSI ist unten. Wir haben hier diesen Anstieg, der Markt hat diesen starken Anstieg, wir sind sehr, sehr bullish und jetzt schaut mal unten auf den Indikator, auf den MFI. Bevor man hier ein neues High, wir kommen hier direkt hoch auf 12.300, sind hier aber noch auf 10.780 und was macht der MFI? Der MFI zeigt schon die Schwäche des Marktes. Das heißt, der MFI zeigt uns hier eindeutig, dass der Markt schon ziemlich schwach ist und was macht der RSI? Ganz im Gegenteil dazu, zeigt uns der RSI kein klares Signal. Der RSI macht hier ein Higher High und der MFI zeigt ganz klar die Schwäche. Das heißt konkret, was wollt ihr sehen? Ihr wollt eine Divergenz zwischen dem Chart und dem Indikator sehen. Was ist eine Divergenz? Eine Divergenz ist ganz simpel. Wenn der Markt zum Beispiel ein neues High macht, also ganz klassisch die Struktur, die ihr bereits sicherlich alle kennt, die klassische Marktstruktur, wir haben hier ein Higher High am Chart und was ihr dann als Divergenz sehen wollt, wenn ihr zum Beispiel Berries seid oder wenn ihr Shortzellen wollt oder wenn ihr auch, keine Ahnung, einfach einen Grund haben wollt, eure Bitcoins zu verkaufen, dann wollt ihr im Regelfall einfach mit MFI eher das Gegenteil sehen. Das heißt, ihr wollt eher sehen, dass der Markt konsolidiert auf dem MFI, auf dem Indikator oder im besten Fall sogar das hier macht. Also ein Lower Low, während der Indikator ein Higher Low macht. Das ist ganz klassisch eine Divergenz, ähnlich wie beim RSI, nur dass meiner Meinung nach der MFI vor allem im Kryptobereich um einiges genauer ist. Seht das hier jetzt. Und jetzt seht ihr ja schon einen konkreten Unterschied zum RSI. RSI ziemlich unklar hier. Ich habe hier kein Signal vom RSI. Der RSI macht hier ein Higher High und der MFI zeigt ganz klar die Schwäche. Wenn ihr hier die Linie anlegt, wir haben hier ganz klar ein High geformt und gehen von hier tiefer, obwohl der Markt nach oben geht. Also die gleiche Struktur wie auf der Zeichnung rechts. Ganz, ganz wichtig, eine der grundfundamentalen Bestimmungen oder Annahmen dahinter, hinter diesen Strategien und auch hinter dem MFI. Ihr braucht ein Support oder Resistance Level. Euch bringt ein Indikator nichts, wenn der Markt sich im Niemandsland bewegt. Das heißt, ihr müsst konkret zusätzlich zu dieser Divergenz, zusätzlich zu diesem Signal ein gutes oder ein starkes, besser gesagt, Support oder Resistance Level haben, damit das Signal auch valide ist. Wenn ihr kein Support oder Resistance Level habt, dann bringt euch das MFI oder RSI oder Indikator Signal gar nichts. Nada. Null. Das ist irrelevant. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Bei den Fehler machen die meisten. Die meisten shorten zum Beispiel eine RSI-Divergenz, ohne dass wir bereits die Resistance erreicht haben. Das passiert dann zum Beispiel so, dass hier bereits die Shorts geöffnet werden in diesem Bereich. Und wir sehen schon ganz klar hier, dass diese Resistance schon ziemlich schwach ist, da wir hier die Touches gehabt haben. Diese Touches, diese Touches, diese Touches, diese Touches. Der Markt kommt hier hoch mit einem starken Anlauf, also mit einer Struktur von Higher Lows und Higher Highs und prischt hier direkt durch. Also ganz, ganz wichtig. Immer auf die starken Support- und Resistance-Zonen warten. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wovon hier die Resistance-Zone kam. Ganz klar vom Supply Level am Daily Chart, was wir hier sehen. Ja, eine der Grundregeln hinter allen Indikatoren. Gehen wir zur nächsten Divergenz und dieses Mal zwar Bullish und die ist wirklich extrem eindeutig. Werdet ihr euch fragen, warum dieser Indikator das so eindeutig anzeigt. Aber er zeigt es an. Wir haben hier ein Low geformt. Das seht ihr ganz klar hier. Der Markt formt hier ein Low, ein Lower Low. Und was machen die Indikatoren? Wir sind hier am MFI. Der MFI hat hier dieses Low geformt. Und wir sehen ganz, 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 ganz eindeutig, dass der MFI hier ein Higher Low formt. Und was noch viel interessanter ist, ihr seht, wie der MFI eskaliert, bevor der Markt überhaupt eskaliert. Das heißt, der MFI ist in diesem Bereich bereits so stark angestiegen, obwohl der Markt eigentlich noch ziemlich konsolidiert. Das heißt, ihr habt hier wieder ein eindeutiges Kaufsignal vom MFI. Und was ihr hier zusätzlich noch habt, ist, ihr habt hier ein starkes Support-Level. Da, ihr wisst, wir haben hier Support gefunden, wir haben hier ehemalig Support gefunden. Und wir haben dann noch dazu diesen extrem langen Week nach unten. Und das heißt, alle Stops sind hier aus dem Markt genommen. Also wir haben jetzt hier schon eine kombinierte Strategie mit dem Vorring, was ich euch vorher erklärt habe, nämlich den Stop-Rates, die Liquiditäts-Hunts, wie auch immer ihr das nennen wollt. Genau das sehen wir hier in Verbindung mit einer MFI-Divergenz. Das heißt, es ist ein sehr, 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 sehr wertvoller Indikator, wenn ihr wisst, wie ihr ihn richtig einsetzt. Ich plane dazu auch noch eine PDF zu schreiben, also wirklich eine ausführliche Strategie hinter dem Indikator, damit ihr wirklich mal seht, wie formuliert man die Strategien. Was schreibt man denn auf? Was schreibt man denn da rein? Welche Metriken testet man? Wie weit testet man zurück? Was wollt ihr denn sehen, damit ihr in den Markt geht? Ganz, ganz klatsche Sachen, die ich dann für euch veröffentlichen werde. Kommt in den nächsten Wochen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir sind jetzt hier noch am 1-Stunden-Chart. Und hier sehen wir zum Beispiel auch ein Beispiel, wo es nicht so gut funktioniert hätte. In den meisten Videos seht ihr eigentlich bei solchen Sachen immer nur Beispiele, die perfekt funktionieren, aber nicht bei mir. Ganz klar, ich zeige euch auch die Sachen, wo es jetzt nicht perfekt funktioniert hätte. Wir hätten hier zum Beispiel eine ganz klare MFI-Divergenz. Sehr, sehr starke Divergenz. Der Markt ist schwach hier. Sehr, sehr schwach. Wir haben auch hier dieses Level, das heißt, der Markt kommt hier hoch. Und man kann jetzt argumentieren, wenn man aufgrund dieser Divergenz hier short geht, dann hat man natürlich einen schnellen Move in seine Richtung, eine schnelle Bewegung. Das sind knapp 10.900 auf 10.600, knapp 3.000 Punkte, die man hier in kurzer Zeit gewinnt. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man seinen Stopp nicht getrailt hat und wenn man seinen Take-Profit hier nicht rausnimmt, dann wird man hier ausgestoppt, weil einfach nur eine Mini-Reaktion folgt auf diese MFI-Divergenz, bevor der Markt zum neuen Highs rennt. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel in Verbindung mit einer anderen Strategie. Wir haben hier wieder ein klassisches Swing-Low im Markt gelassen. Das heißt, sollte der Markt hier drunter brechen, gehen wir davon aus, dass wir eventuell eine Manipulation sehen könnten, wie wir am Anfang vom Video gesehen haben. Haben wir hier wieder eine sehr, sehr ähnliche Struktur wie am GBP-USD-Chart. Man sieht solche Bewegungen wirklich tausendfach und wirklich in allen verschiedenen Asset-Klassen. Klassischer Move, um die Liquidität aus dem Markt zu nehmen, um zu manipulieren. Und zusätzlich haben wir hier noch unsere Divergenz des MFIs. Wir haben hier ein Low geformt und wir haben hier unten ganz klar ein Higher Low. Dazu haben wir auch noch ganz klar hier die Struktur, die ihr dann hier als Vergleich perfekt sieht. Und das wäre jetzt wirklich so eine perfekte Strategie. Ihr habt hier das Low, das aus dem Markt genommen wird. Ihr wisst, ihr habt eine MFI-Divergenz. Ihr wisst, sehr, sehr viele Leute wurden jetzt ausgestoppt. Sehr, sehr viele Leute sind hier liquidiert worden und ihre Positionen mussten verkauft werden. Und was macht der Markt? Der Markt reagiert so extrem explosiv, dass ihr einfach die Gewissheit habt, dass es hier ein reiner Stop-Rate war. Stop-Rate habe ich jetzt auch zu verwendet. Stop-Rate ist einfach ein Run des Marktes sozusagen auf die Stops, um eben die Liquidität abzugreifen. Das war jetzt eine kleine Abführung. Wie gesagt, ich will immer weiter aufbauen auf so Themen und ich will die Videos selber nie zu lange halten, weil es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt noch stundenlang über den MFI quatsche. Das Wichtigste, was ihr jetzt machen solltet, wenn euch das Ganze interessiert ist, ihr holt euch den Indikator selber am Chart und schaut einfach selber, wie der funktioniert. Wie gesagt, gerne auch in anderen Erste-Klassen. Gebt einfach mal zum Beispiel USD-CAD ein oder USD-CHF, wenn ihr wollt. Das ist der Schweizer Franke. Und dann seht ihr zum Beispiel hier den Chart. Und dann geht ihr mal durch und schaut euch an, was denn hier passiert. Geht hierher. Seht, haben wir eine Divergenz? Nein, hier haben wir keine Divergenz gesehen. Geht mal zurück. Wo wäre deine Divergenz gewesen, wo hat es nicht funktioniert? Wir sehen hier, wir haben hier ein High geformt am USD-CAD. Zum Beispiel hier wäre das jetzt ein klassischer Fall, wo wir diese Manipulationsstruktur haben sozusagen. Wir haben hier einen extrem starken Abfall des MFIs, ohne dass sich der Markt wirklich bewegt. Da kann man hier hoch, auf ein neues Hoch. Der MFI zeigt uns aber die Schwäche, die wir eben suchen, um in eine Shop-Position einzugehen. Zusätzlich haben wir noch dieses High aus der Markt genommen. Und das heißt, wir haben hier Liquidität genommen und der Markt drückt tiefer. Das sind so Sachen, die ihr euch selber anschauen müsst. Schaut euch das an, macht euch Screenshots, schreibt euch Sachen hin. Und wenn ihr dann ein wenig mehr wisst, dann können wir gerne weitere Strategien machen. Und dann können wir auch wirklich in vorgestellten Strategien eingehen. Aber fürs Erste solltet ihr euch selber mit den Indikatoren vertraut machen. Und mit dem Indikator, den ich euch vorgestellt habe, vertraut machen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback. Wirklich extrem gutes Feedback. Freut mich wirklich immer. Schreibt mir gerne Kommentare, ob es euch gefällt. Lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Und bis dahin, euer Chris.